In diesem Video schauen wir uns die beiden Kurznoppenbelege Hass und Sargus aus dem Hause Sauer und Tröge an. Beide Gummis liegen mit etwa 35 Euro im mittleren Preissegment und sind im Allround- und Offensivbereich angesiedelt. Werfen wir zunächst einen Blick auf den Sargus, der seinen Namen wohl von der Gattung der Hirschkiffer erhalten hat. So schaut uns auf dem Cover ein, stilistisch an einen Streber erinnernder und damit auch vermenschlichter, brilletragender Hirsch an. Die kurzen, leicht geriffelten Noppen des Sargus sind konisch geformt und relativ breit. Der gelbe, 1,8 mm dicke Schwamm liegt beim Härtegrad und der Größe der Poren auf einem mittleren Niveau. Auf der anderen Seite nun der Hass, der mit einem ebenso markanten Cover daherkommt, sich aber optisch deutlich durch schmalere, minimal längere Noppen vom Sargus unterscheidet. Der durch seine rote Färbung gleicht aggressiv wirkende 2,1 mm dicke Schwamm ist, wenn überhaupt, nur minimal weicher als der des Sargus, zeigt aber nach dem Auspacken schon eine gewisse Welligkeit, was wohl auf den eingebauten Frischklebeeffekt hindeuten könnte. Wir haben die beiden Belege auf dem Kasala, einem Balsaholz ebenfalls von Sauer und Tröger, gespielt. Beim Dotz-Test liegt der Hass sowohl von der Geschwindigkeit als auch der Schnittentwicklung her etwas über der des Sargus. Der Sargus präsentiert sich am Tisch mit einem hohen Grundtempo und einem sehr flachen Ballabsprung und ist beim Kontern, Blocken und Schießen mit leicht angepasster Noppen-Innentechnik mit angenehmer Kontrolle spielbar und erzeugt dabei für den Gegner schwierig einzuschätzende Flugwurken. Auch passiv ist der Sargus gut beherrschbar. Schubbälle sind demnach kein allzu besseres Problem. Spolz destell fields. Deshalb Lawrence Ant Skyrims Vielen Dank. 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 Konter Schuss und in Sachen Schnittunempfindlichkeit.